Hallo mal wieder hier bei Farbsport. Als erstes darf ich mal den Chris von Team Legion Eastside begrüßen. Er hat sich nämlich einen Artikel gewünscht und zwar über die Unterschiede vom 3-Mann- und 5-Mann-Format. Wir sehen uns nach dem Intro. Im 3-Mann- und 5-Mann-Format ist es für viele Teams ein großer Sprung oder es wird zumindest als großer Sprung angesehen. Was ich nicht so ganz verstehen kann, denn eigentlich ist es gar nicht so ein großer Unterschied. Denn letztendlich geht es bei beiden Spielvarianten ja nur darum, dass du im Endeffekt einen breiteren Winkel auf dem Spielfeld bekommst. So mit den Gegnern in die Mangel nimmst und dadurch dann eben das Spiel für dich entscheidest. Das gleiche willst du natürlich nicht, dass der Gegner das schafft. Von daher ist das vom Grundprinzip her gar nicht so ein großer Unterschied. Der Unterschied liegt halt mehr darin, dass einfach weniger Gegner auf dem Feld sind und dadurch halt auch weniger Kugeln fliegen. Beim 5-Mann-Format mit 10 Schuss in der Sekunde fliegen halt 50 Kugeln in der Sekunde über den Platz, also jetzt pro Team. Und beim 3-Mann-Format sind das nur 30 Kugeln. Das macht halt einen riesen Unterschied, denn mit mehr Kugeln in der Luft kann es natürlich auch schneller getroffen werden. Was allerdings jetzt vom Spiel her für mich so im 3-Mann-Format dann mehr ausmacht, jetzt von den Kugeln her, ist halt, dass du einfach weniger Schusslinien hast. Wenn ich im 5-Mann-Format bin und ich jetzt zum Beispiel als Attacker weitergehen will, dann muss ich viel genauer darauf achten, ob jetzt Kugeln in meinem Laufweg liegen oder nicht. Wenn ich zum Beispiel im 3-Mann-Format bin, dann können automatisch weniger Leute da reinschießen in meinen Laufweg und deswegen ist es da auch einfacher, die Deckung zu wechseln. Du kannst im 3-Mann-Format also ruhig etwas aggressiver spielen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du getroffen wirst, ist geringer. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt wahrlos drauf losrennen sollst. Das 3-Mann-Format ist dazu gedacht, dass du eben lernst, mit solchen Situationen umzugehen. Das heißt, dass du lernst, auch trotzdem mal in Laufwege zu gucken. Denn auch im 3-Mann-Format wirst du natürlich getroffen werden, wenn du einfach nur auf gut Glück losrennst. Du musst auch da darauf achten, ob Kugeln liegen oder nicht. Nur da ist es halt einfacher, weil nicht ganz so viele Spieler da reinschießen können und du dich deswegen halt besser konzentrieren kannst. Du kennst das ja wahrscheinlich, wenn so viel um dich herum los ist auf dem Spielfeld, dann fällt es immer schwieriger, sich noch anständig auf die Situation und auf sich selbst zu konzentrieren. Einen richtig großen Vorteil geben diese paar Kugeln weniger allerdings beim Breakout. Denn ganz klar, wenn beim Breakout weniger Kugeln fliegen, dann wirst du nicht so schnell getroffen und dadurch kannst du beim 3-Mann-Format einfach viel weiter nach außen gehen. Schon direkt beim Spielstart, als das im 5-Mann-Format möglich ist. Gerade wenn du dann auch siehst, da ist vielleicht nur ein Gegner auf deiner Spielfeldseite und da schießt du noch nicht mal einen Center mit rüber, dann kannst du prinzipiell immer Dorito 2 oder einen Snake direkt oder so machen. Da ist einfach keiner mehr da, der dich wirklich aufhalten kann. Zumal ja auch noch dazu kommt, dass das ja für gewöhnlich auch noch Einsteiger sind, gegen die du da spielst und die eh noch nicht so gut schießen. Das heißt, du hast einmal weniger Kugeln sowieso und du hast dann auch noch die Schusslinien, dass die nicht ganz so gut sitzen, wie zum Beispiel in der Regional- oder in der Bundesliga. Deswegen probiere also im 3-Mann-Format immer beim Breakout ein bisschen aggressiver zu sein, als es vielleicht später im 5-Mann-Format sein würde. So kannst du dir auf jeden Fall schon einen Vorsprung auf dem Spielfeld sichern. Guck natürlich, wenn du dann in deiner Deckung ankommst, dass du dann erstmal ruhig bleibst und nicht dann dich da irgendwie dumm rausschießen lässt. Das ist so ein typischer Anfängerfehler, der sehr oft gemacht wird. Der nächste Faktor, der dann im 3-Mann-Format halt leichter ist, ist halt die Feldübersicht zu gewinnen. Du hast viel weniger Informationen, die du aufnehmen musst. Du musst, wie schon gerade erwähnt, weniger Schusslinien beachten. Du musst allerdings auch gleichzeitig ja nur drei Gegner im Auge behalten und dein eigenes Team ist auch kleiner. Das heißt, bei deinem eigenen Team weißt du zum Beispiel schon, wenn einer deiner Mitspieler getroffen wird, dass du dann zum Beispiel schon mit deinem anderen Spieler sofort Cross gehen kannst. Denn letztendlich seid ihr nur noch zu zweit und müsst das Feld nicht schießen. Das heißt, da fällt es halt schon viel leichter, taktische Entscheidungen zu treffen, weil halt einfach die Informationen weniger sind und du daher auch weniger Informationen verarbeiten musst. Das gleiche gilt für deine Gegner. Wenn zum Beispiel ein G1 ist und du siehst, auf deiner Spielfeldseite geht gerade einer weg und da ist einfach keiner mehr auf deiner Spielfeldseite, dann weißt du direkt automatisch, aha, da werden jetzt auf jeden Fall noch zwei Gegner auf der anderen Spielfeldseite sein. Das erlaubt dir halt schon wieder, mehr Entscheidungen für dich selber und für dein eigenes Spiel treffen zu können. Probier also diese Sachen zu beachten, aber ich habe jetzt gesagt, du sollst aggressiver spielen. Okay, sollst du an sich auch. Aber wenn du jetzt noch komplett am Anfang stehst, dann versuch halt erstmal am Anfang, dich mehr mit dir selber zu beschäftigen. Guck, dass du eine saubere Technik entwickelst und guck, dass du die richtigen taktischen Überlegungen triffst und zumindest im Dreimann-Format schon mal gut da drinne wirst, eine Übersicht zu haben und so. Denn das sind letztendlich die Sachen, die dich ja später auch weiterbringen und die du jetzt halt eben dadurch, dass Dreimann-Format ein bisschen leichter ist, halt auch besser lernen kannst, wenn da 5 gegen 5 ist. Und du da mitten im Kugelhagel stehst, dann kannst du dich halt viel schlechter darauf konzentrieren, dass du eine saubere Technik ausführst, als wenn du jetzt gerade im Dreimann bist und kaum Leute auf dich schießen. Dann hast du viel mehr Zeit, du hast viel mehr Ruhe und das ist halt dann der Punkt, an dem du dich mit dir selber beschäftigen kannst. Heißt natürlich jetzt nicht, dass du dein Team außer Augen lassen sollst, das ist auch ein Skill in meinen Augen, ein Skill auf sein eigenes Team zu achten und zu kommunizieren. Und den solltest du natürlich auch im Dreimann-Format direkt von Anfang an trainieren. Das ist übrigens auch so ein Punkt, der im Dreimann-Format teilweise ein bisschen schwieriger ist. Für gewöhnlich stehen die Spieler ja alle weiter auseinander im Dreimann-Format und deswegen ist es schwieriger zu kommunizieren. Im Fünfmann-Format ist es dann vielleicht etwas schwieriger, weil mehr Leute miteinander kommunizieren müssen, aber die stehen halt nicht so weit auseinander und daher kann man halt bessere Kommunikationsketten bilden und das macht das Ganze einfacher. Es gibt also auch den einen oder anderen Punkt mal im Dreimann-Format, der schwieriger ist. Ist zwar nicht viel, aber Kommunikation ist zum Beispiel so einer. Ich finde es auf jeden Fall immer gut, wenn ein Team, das vorher Dreimann gespielt hat, sich weiterentwickelt und ins Fünfmann-Format geht. Das zeigt nämlich, dass das Team nicht auf einer Stelle stehen bleibt und versucht, was aus sich zu machen und das ist auf jeden Fall unterstützenswert. Wenn dein Team gerade dabei ist, sich für Fünfmann vorzubereiten und dir dabei noch Hilfe gebrauchen könnt, dann kannst du mich einfach auch bei Facebook oder per E-Mail an info-at-farbsport.de anschreiben, denn ich biete zum Beispiel Online-Coachings oder auch Real-Life-Coachings an, indem ich dein Team weiter nach vorne bringe, damit ihr perfekt für so eine Fünfmann-Saison gewadmet seid. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, wir schießen uns!